Also während des Flat Hole Trips haben wir nicht nur viel Zeit in Brione verbracht, Jonas, der Local, hat uns auch so ein tolles Projekt gezeigt, von dem ich jetzt leider nur mit dem unteren Teil erst begegnen konnte, den ich Mercato genannt habe. Jetzt kommen wir auf den Abendessen. Alle! Du kannst ja was zu der Crashpad-Fähigkeit von Felsen erzählen. Im Moment endet der Boulder am Ende vom Dach. Ich denke, der checkt ungefähr bei 8G ein. Im Moment endet der Boulder am Ende vom Dach. Jetzt muss er noch einen Namen finden. Das ist geheim. Ne Quatsch, das ist ein Name für die beiden Teile. Da ist nämlich Mercato, der Markt und das Deluxe. Und zusammen ist das Mercato Deluxe. Und das ist der Name von Julis und meinem neuen Lieblings-Italiener in Köln. Ja! Martin, oder? Das war's. 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 Das war's.